Hallo liebe Modell-Auto-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Na, welches Modell gibt es auf diesem Kanal nicht so oft? Richtig, S-Klassen. Deswegen habe ich hier natürlich noch eine. Von Auto-Art im Maßstab 1.43 in der Dealer-Edition. Sieht so aus. Und ich würde sagen, ich packe den ganzen Wagen jetzt mal aus. Ja Leute, hier ist der Wagen ausgepackt. Und das ist die Mercedes S-Klasse mit der internen Nummer W221. Und von dem habe ich die AMG-Version schon in 1.18 vorgestellt. Link in der Beschreibung oder wie. Tolles Modell, kann man auf meiner Meinung noch nicht genug haben. Ich habe den ebenfalls noch als AMG N1.43. Wenn nicht schon vorgestellt, ebenfalls wird das noch folgen und in der Beschreibung verlinkt sein. Plus im I. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Front an. Ja, Mercedes S-Klassen typisch. Schöner Kühlergrill. Damals noch mit diesen, sag ich mal, Dreieckslichtern. Sehr imposant. Sie sah immer sehr gut aus dem Rückspiegel. Oder wenn man davor stand, ja hier von der Seite. Auch sehr, sehr edel. Bis heute, meiner Meinung nach, ja mit einer der schönsten S-Klassen. Mit dem ganzen Chrom hier. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr edel aus. Auch mit der Farbe. Schauen wir uns das Heck an. Hier können wir sehen, die Rücklichter. Ja, sehr markant für den Mercedes. Sie sehen mittlerweile ja etwas anders aus. Ich fand die nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, der Stern natürlich in der Mitte. Und hier ist eine normale S-Klasse. Also kann man die Ausprüfe optisch nicht sehen. Ja, schauen wir uns mal den Innenraum an. Und ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ja, ich denke schon. Und es ist wirklich sehr detailliert gemacht worden. Ich glaube, so geht es besser. Ja, also es ist wirklich sehr detaillreich umgesetzt worden hier von Outdoor-Art. Ja, mit der hellen Ausstattung. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Schiebedach ist auch vorhanden, wie ihr sehen könnt. Und ja, also hier kann man auch reingucken. Ja, hier seht ihr was. Ist sehr detailliert umgesetzt. Mir gefällt das Ganze sehr gut. Kann man auf jeden Fall machen. In der Farbe ein sehr schönes Modell. Wird auf jeden Fall, sage ich mal, in einer Sammlung nicht unbedingt schlecht aussehen. Was seid ihr zu einem Wagen? Falls ihr noch nicht genug von S-Klassen habt, schaut gerne mal in meine Playlist rein von S-Klassen. Da gibt es, sage ich mal, die ein oder andere. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.